Unsere Tracht zeichnet aus eine optimale Schnittführung, eine moderne Schnittführung und mittlerweile sind wir daran gekommen, dass wir zwei große Kollektionen machen im Jahr. Das heißt, wir haben eine eigene Designerin, es werden bei uns im Haus die Schnitte gemacht, es werden bei uns im Haus Muster gemacht, Prototypen, Kollektionsteile. Also wir sind wirklich da sehr, sehr gut aufgestellt und auf unser Team sind wir sehr stolz, dass wir das einfach auch anbieten können und Anzelteile, maßgeschneiderte Teile werden auch bei uns im Haus gemacht. Das heißt, wir können spezielle Kundenwünsche umsetzen. Also wir schauen wirklich immer, eine optimale Top-Beratung zu haben. Wir schauen, dass alles perfekt sitzt und auch wenn die Damen kommen und vielleicht das erste Mal im Leben ein Dirndl kaufen, dann muss das einfach passen. Dann gehört der passende Schmuck dazu, es gehört der passende Tasche dazu, Schuhe, also wir bieten wirklich das komplette Programm an. Maschines, als man abетt den Bolton, Man nanанatiert kann man nicht nur diesen Tag, sondern auch seinen Tag bis zum references December 5jevares. Untertitelung des ZDF, 2020